Musik 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 Ich habe Angst vor meiner Weichteile. Musik 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 Was? Warum? Because of you. Musik Der Blick war tödlich. Ich habe ihn gespürt. Eiskalte Blick. Mhm. Okay, wo ist der Typ? Oh mein Gott. Oh, der war die Gang. Hi, Schatz. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du erkennst mein Gesicht. Ich will ihn nicht durch. Äh, nein. Ich möchte nicht, dass du mich fühlst. Ich will dich ergänzen. Das hängt der falsch. Hey, mein Fetty. Hany. Ich will dich bitte nie wiedersehen. Ich bin hier. Seine Augen. Guck dir mal seine Augen an. Jo. Wenn man so weit weg guckt. Ah, ich bin hier. Der sieht uns nicht. Idiot. Okay, vorbeischleichen. Und wir machen das so. Schleichen. Da rein, nein. Da rein, nein. Da rein, nein. Da. Mach's gut. Ja. Man sieht ja echt viel. Mhm. Welcome home. Okay. Sollst du das gerade bild? Die Skizze von dem Hochzeits? Irgendwie, oder Taille, oder Korsette. Irgendwas. Ich denke mal, das ist von dem Hochzeitsalter. I think so. Natürlich, bei dich. Ist der vielleicht Schwimmel? Ich hoffe nicht. Nein, weil da gerade steht, kein Mädchen habe ich gefunden. Tschüss, du Arsch. So. So ist so ist, wie ich sie mir ersonnen habe. Weil wir sind ja, glaube ich, ein Mann, ne? Ja. Glaub ich jedenfalls. Puh. Okay. Gut. Wie geht es, das Paar heiratet ist? Okay. Aber ich bin nicht dieses Mädchen. Ich bin ein Junge, das war das normal. Ich bin ein Junge. Ich bin ein Junge. Hehehe. Ich zähle Schwule. Ich liebe Schwule. Nein, ehrlich. Ich weiß. Hecker. Potala Fuyoshi. ich bin ich in ruhe tschüss tschüss schatz warte mal wir sind ein Mann und er sagt uns bin ich in der Route oder was ach komm schon oh oh god und er so oh god wow und ich dann mit kleidest ich bin doch runter schatz es ist alles gut es ist alles gut oh jetzt bin ich sauer ja ich will nicken ich will nicken ok schatz wieso tust du mir sowas an ich will mich doch ich ja wenn ich schon mal Beziehung sind dann mach doch nicht welche raus schatz wieso du das ist alles gut du wieso was ist alles gut Blades like Helm. Da stehen keine Ahnung was. Follow with the blood. Willst du das Schatz? Wir müssen uns da verstecken. Jo. Schatz. Ich liebe dich auch. Schatz, wo gehst du mit mir hin? Mein Mann! Hä? Ich will dich auch verhindern. Ich liebe dich, Schatz. Was machst du auch Schatz? Ich bin so in Ruhe. Honey, das ist das Wissen. Was machst du da? Nein. Oder spielen wir jetzt eine Frau? Und dann denke ich, dass wir eine Frau sind. Ja. Wieder eine bestimmte... Ja, stimmt schon, die sind doch sehr extrem, aber auch... Hm. Wenn ich eine echte Frau aus dir gemacht hab... Oh, ich weiß, was kommt. Oh Gott. Er liebt gut, aber er will eine geile Frau werden. Oh nein! Das ist eine Brüste und Dings haben. Und das haben wir ja auch mal dran denken, was die Frauen sonst haben. Nein! Nein! Oh mein Gott! Wer will das tatsächlich machen? Du hast das Segelblatt verknüpft War schon rot, ne? War schon rot, der war so erotisch Ich denke, wir sind der Liebling Und vorallem... ... 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 Und wir müssen das alles mit ansehen, ne? Also nicht jetzt wir, sondern der Typ, der sitzt da und spinnt und wir müssen das alles mit ansehen. Ach, und jetzt sind wir dran! Toll! Schatzi, lass dir das bitte noch über den Kopf. Über den Kopf? Oh. Liebling, das musst du nicht machen, okay? Wir können doch so Liebe machen. Lümmel! Schatzi, wir können doch mal drüber reden. Lass uns doch mal drüber reden, bitte! Lümmel! Lümmel! Was kannst du auch so? Schatzi, was ist das bitte? Lümmel! Lümmel! Helmut! Schatz! Jetzt sind wir nicht der Kopf! Ogghh... Wer war das? Wer hat uns gerettet. Danke, Mann! Bro! Schlo, du hast es gut bei mir. Ja, aber du warst und du hast es gut bei mir. Bei mir ist es schlecht. Ja, mein Gott ist der Hänger. Die sind zwei Seelen und einen Körper. Wir sind jetzt nackt. Ne, wir haben gerade die Sachen angeklungen. Komisch aber nicht nur das Unterteil, aber hey. Schade, das wäre witzig. Wir würden ja so nackt durch die Anstattung. Keine Batterien. Alle Batterien jetzt kommen. Schat. Schatz, ich hab gesagt, lass uns drüber reden. Ich bin auch ein Mann. Außer ich bin Naruto. Dann, dann, dann... Dann hab ich Naruto. Dann kann ich... Ich glaub, der ist schneller als die. Dann kann ich schwanger werden. Aber so nicht... Er kann schwanger werden? Hm? Also du kannst schwanger werden? Er kann mich doch an so eine Frau. WAAAAT? Ja, er hat das... So gut weiß, wusste ich doch nicht. Er hat das Sex... Sex... Jutsu? Jutsu? Jutsu oder so? Sex Jutsu oder so? Auf jeden Fall kann er sich als Frau... Das Hass voll war's, ganz ehrlich. Hätte ich auch gerne. Was? Was? Ja. Ich habe sehr viele Fanfictions über Naruto und Sasuke gelesen. Hey! Mach's gut, mein Junge! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ich bin lieber weg von dir als... Also, ne? Du meinst Schatz, aber... Das geht nicht mehr. Ich will überleben, wenn wir das für ein Typen, eh. Na, noch so auf... Alter, jetzt gehen wir die Treppen hoch! Auf Instagram oder... Sing her like a Pringle! Ich... Ich sollte mir, glaub ich, Sorgen machen, oder? Für die Cent. Keine Batterien, ich brauch Batterien. Ich glaub, sind jetzt sehr gesund mit den Beinen. Ja, Schlüssel notwendig. Ich will nicht, ob du mit der Kasse... Ich will nicht, ob du mit der Kasse... Können wir ja alle die Männer beobachten? Batsch, batsch, batsch. Nach wie nahet geht man sich einfach, ja? Soll ich mich hin? Oh, ja. ja das war richtig da ist ja so gibt es zu bilden dort und ...eine Versuchung hat. WHAT THE FUCK?! ALTER! Sind das alles... äh, sind das alles Frauen, oder...? Ich kann mich identifizieren. Ach so, das ist doch... ...mehr noch. Oh Gott. Aber keinen alten Stopp, das von gerade eben. Ohne Witz. Nein, nein. Das war das... das war... Das ist doch gar nicht schlecht dabei, aber... Ja, aber... Bei dem anderen hat es halt mehr Schmerz... Ja. ...an den Drang zu fliehen. Hat man hier auch. Das ist ja voll gemütlich hier. Gott, die Unlangen geben, stell dir mal vor, das wäre in echt so. Und die läuft da einfach durch so eine Halle. Und über dir hängen ja so die Leichen... Ja, und Tropfen, und Tropfen, und Tropfen. Und du musst dann da runter durchgehen. Boah. Boah. Nein. Weil... Wir haben hier irgendwie schon... Schatz, wir haben uns das besprochen. Wir haben Schluss gemacht. Vielleicht ist ein bisschen blauer, aber... Wie? Wir müssen uns befinden. Und die Geschichte haben wir schon gehört, ja? Ja... Das sind wir auch mal. Oder ist? Und die ist... ... ... ... ... ... Hast du das ja, wenn Leute in Horrorspielen singen? Ich auch. Boah. Der wollte uns ja echt gefreut haben. Okay, das hat ein eigenes Spiel mit einem Herbstgold zu mir geblieben. Den Teil der Geschichte hatten wir auch nicht. Nein. Oh. Ey, das steht unsere Braut und wieso? Ich komme nicht wegen... Na, wirklich? Ich... zu... Ich hätte aber gut einen Haken. Wie soll denn denn da rauskommen? Da gab eine Tür. Ich weiß, aber... Ich muss ja direkt fliehen anscheinend. Wir sind ja zu lahm. Ja. Warum denn? Das finde ich doch gut. Mach's gut, du Arsch! Die Fresse? Boah, nö. Ach ne, können wir gar nicht wegschieben. Wo müssen wir denn, wo, äh, hä? Na, andere Seite schieben. Ja, gleich flächte Idee. Hat die Fresse? Ich will nicht wissen, wo die anderen sind. Wo kommt wohl? Oh. Das ist wohl ein Arsch. Ich will noch eine kleine Malen. Das ist besser Schatty. Schatz, ich bin keine... Hey! Warum wäre ich denn eigentlich Schatz? Ich habe Schluss mit dir gemacht. Komm! Oh! Nein! 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 Überleg dir bitte nochmal! Nein! Nein! Leck der ist jetzt ab! Hau! 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 Ich steh auf dich! Hau! Hau! Ich steh auf dich! Ich geh auf dich! Aber was? Hau! Ich frage auf dich, sie sind in Frankreich. Na, was? Ich frage auf dich, sie sind in Frankreich. Ich bin jetzt wieder. Das war ja mal gar nicht so. Hallo, meine Brau! Und süß! Okay, dass Nici gleich schieben. Wenn wir können. Ich hab jetzt mal am Fressen ist. Wohin müssen wir denn? Ich kann euch hier lang. Dann komm ich von hier. Ich weiß. Deswegen hab ich mich auch gerade umgedreht und dachte so. Hey du Arsch! Ist der noch der ist auch noch nicht? Nö. Wow. Kommst du? Fung, der schlampfer. Alter, geht doch nicht. Puh, ich mag mich auch nicht. Puh, puh. Ich denke mir einfach so. Ey, darf ich durch? Wann kann er nicht schneller reden, ey? Mach's gut, du Arsch! Micherei! Nee gut. Ich bin hier ein Buchung auf Befolgung. Voll. Hey, Batterie! Immerhin. Okay. Bye. Auf query. timege. Kur name. Ich bin. Der selbst.